einen wunderschönen guten tag mädels da draußen ich darf mich endlich mal wieder einem arm 64 thema widmen und zwar hat schon zwar vor geringerer zeit oder geraumer zeit sagt man ja hat sich dazu mailkau schon mal geäußert in form eines blogs bei sich auf der webseite das nun dann doch irgendwann vielleicht wie auch immer mailkau einen arm 64 support bekommt und da haben wir auch schon einen schönen screenshot und die haben noch mal drei vier fragen beantwortet ich glaube die wichtigste frage für euch da draußen ist läuft das denn jetzt schon die antwort lautet ja zeige ich euch gleich nehmen wir jetzt gleich im schnelldurchlauf zusammen machen b wann kommt das raus ja in q3 steht hier unten drin q3 23 aber jetzt gerade ist das alles noch beta und natürlich noch nicht offiziell supportet aber funktioniert komplett vollumfänglich und auch ganz normal aus mainly oder aus nightly sagen wir jetzt einfach mal aus dem stable oder aus dem ans der bereich funktioniert das beides wunderbar und hervorragend ich glaube auch eine der größten fragen ist natürlich dieses thema kann ich denn halt eben meine x86 applikation zu arm 64 halt eben irgendwann um migrieren und b warum sollte ich das tun warum ist relativ klar das haben wir schon mal geklärt gehabt die ganze arm architektur ist halt einfach ein stück weit günstiger weil einfach der stromverbrauch weitaus niedriger sein kann sage ich jetzt extra mal aber in der regel ist und halt eben woher bekommen wir das ganze wir bekommen das ganze halt eben aus der hetzner cloud das habe ich euch häufig genug gezeigt also was ist sozusagen das resultat von euch ihr spart also geld und wenn ihr unbedingt wollt könnt ihr euch das mächtige wort sustainability auf dem arsch tätowieren und sagen du sparst geld und gleichzeitig sagen wir halt eben noch okay wir machen ein bisschen mehr green it war halt eben unser mail server diese ganze last von x86 architektur nicht unbedingt braucht aber ich würde sagen wir schnacken nicht lang sondern wir fangen nämlich einfach an also erstmal hier oben ganz normal das repository auf github steht euch ja sowieso jederzeit zur verfügung und wenn man hier oben über die branche es geht sieht man nämlich hier schon featuring slash arm 64 co und genau das werden wir uns natürlich nachher aus dem github repository einfach raus klonen und installieren und halten uns einfach gnadenlos an die ganz normale mail co installation die wir jetzt ja einmal im schnelldurchlauf durchlaufen werden bis wir es halt eben hinkriegen ganz normal mit der arm 64 kiste einfach eine e mail zu empfangen also wo starte ich einfach ich gehe einfach dahin wo ich immer hingehe wenn ich einfach ressourcen die ich mal eben schnell brauche und gerade besonders am 64 ressourcen und ihr werdet auch sehen der preis ist einfach echte knaller gehe ich jetzt einfach hin und gehen natürlich nach faltenstein nur da habe ich halt eben die arm 64 sachen ich suche mir natürlich wie immer ein schönes die bien aus und sage hier unten einfach am 64 und da haben wir es jetzt schon was wird natürlich empfohlen im blogbeitrag wurde gerade sogar von lächerlichen da habt das ich habe es euch mal kurz markiert vier gigabyte ram gesprochen ganz ehrlich die requirements sehen eigentlich ein bisschen anders aus wenn man das ganze wirklich mit einem spam assistant laufen haben will und so weiter dann sollte man schon 80 haben das sage ich euch mal hier gnadenlos und hier bekommen wir sogar in der architektur von arm 64 sogar direkt schon vier kerne halt eben reingedrücken das ergibt preis ihr seht leider nicht von 2 euro 72 inklusive den öffentlichen ip-adressen wenn ich jetzt noch mal zurück schwenke und ich sage ich will jetzt mal zumindest 8g kam und kriegt nur zwei x6 architekturen bin ich schon bei 11 euro 74 und wenn ich vier kerne haben will bin ich bei 16 euro 80 also ich würde mal sagen in etwa so was von wegen 40 bis 50 wenn ich sogar mehr wenn ich das jetzt mal mit der kiste hoch rechne aber lasst uns das mal dem vergleichen bin ich in etwa 30 bis 40 prozent günstiger wenn ich halt eben einfach in dieser arm architektur unterwegs bin wenn ich den jetzt hier anklicke sind wir bei 7 euro 72 und das hat eben wirklich im monat und jetzt noch mal ganz kurz realität leute da draußen 7 euro 72 ihr bekommt eine öffentliche ipv4 adresse ihr bekommt eine öffentliche ipv6 adresse für eine maschine die ihr jederzeit wieder weg werfen könnt wo kompletter oder ein kompletter mail server drauf läuft ganz ehrlich wer jetzt noch irgendwo rum meckert dass ein mail server irgendwie teuer wäre oder der sich das nicht mehr erlauben kann für die leute die sich mail server selber aufbauen wollen die können auch die 7 euro 72 braffen und dann hast du halt eben einfach einen eigenständigen mail server der vollumfänglich einfach funktioniert also höre ich noch mal von irgendjemanden irgendein gejammer wie teuer hat alle seiten gut lasst uns nicht jammern sondern lasst uns einfach ein bisschen rein klotzen ich werde jetzt natürlich die vier kernkiste mit 8 mit 8 gigabyte ram ist ja wohl logisch ich nehme mir mein ssh public key mit und ich schreibe hier einfach hin so wie die kiste jetzt schon mal heißen soll mail.api cloud.de dann drücke ich nur noch auf kostenpflichtig bestellen und der server ist jetzt gleich in wenigen augenblicken für mich bereit ich habe mir gedacht ich werde jetzt die installation durchziehen aber in so einem kompletten die schnell format denn wenn ihr unbedingt diese installation sehen wollte ich habe dazu bereits ein video gemacht deswegen jetzt hier für euch eben super schnell format so jetzt kommt einmal der kleine magic teil nachdem wir docker installiert haben und so weiter steht nämlich hier in der anleitung git clone und hol dir das dann hier entsprechend aus git raus und da werden wir jetzt einfach das entsprechende branche auswählen das heißt wir kopieren und zwar jetzt hier den befehl gehen jetzt aber genanlos sind dass wir jetzt hier hinten dran ein minus b dran hängen mit dem entsprechenden branche und der heißt hier fit oder fit keine ahnung was slash irgendwas am 64 code das kopieren jetzt hier oben einfach aus der browser zeile raus und hängen das hier mit einem minus b einfach dran und dann fahre ich einfach mit der installation genau sofort wie halt eben hier in der installations anleitung drin steht das sollte es jetzt mit der installation gewesen sein wir haben gesehen ich habe mich ganz normal hier in die anleitung gehalten bis hier unten docker compose ab zwischendrin habe ich noch eben hier die ip-adresse mit dem namen mail punkt meiner domäne hier ganz normal bei ipv 64 eingetragen das heißt rein theoretisch ich habe auch keine firewall aktuell davor wenn ich jetzt hier hingehe und sagt mail punkt api cloud.de sollte ich ja wie soll ich sagen eine webseite erreichen die eines mail code nahe liegt gerade eben auch noch mal schnell nachgeguckt ich glaube die vor passwort war wo wenn man sich da jetzt einloggt sollte ich auch ganz normal reinkommen und da oben haben was im magic keyword art 64 ist dieses themen oder mit art 64 ist dieses system hier installiert ich habe ja gesagt wir gehen zumindest so weit dass wir eine e mail oder dass uns eine e mail erreichen kann das werden wir auch noch tun das heißt wir machen jetzt wirklich hier im schnell format einfach email konfig domain hinzufügen domain api cloud.de alles andere ist uns erstmal illegal und egal also illegal sowieso nicht aber egal so domäne eingerichtet mailbox einrichten mailbox hinzufügen in dem fall einfach mal info at das da passwort generieren das kopiere ich mir einfach und ich sage hinzufügen so damit ist die domäne eingerichtet damit ist die mailbox im schnelldurchlauf eingerichtet das einzige was wir jetzt glaube ich noch machen müssen ist dass wir uns halt eben ganz normal im sogo da einloggen aber ich glaube wir müssten das glaube ich glaube ich noch mal neu starten hatte uns nämlich gerade nach gefragt wo wir gesagt haben alles klar wir wollen hier was speichern ja ich habe es gerade ausprobiert wir müssen einmal das sogo mailkau neu starten das ist quasi die jetzt der webmailer damit bei uns dann nämlich auch einloggen können das machen wir jetzt noch und dann sind wir jetzt gleich schon fertig so der container ist angeblich neu gestartet dann sagen wir jetzt hier noch mal webmail gehen hier wieder rein info api cloud.de passwort zum einloggen ah ja willkommen wunderbar und damit haben was und damit sind wir jetzt hier eingeloggt denn jetzt werde ich hier wirklich gnadenlos hingehen und mir einfach mal eben selber eine mail schreiben so e-mail ist vorbereitet ich drücke jetzt einfach mal auf senden und dann gucken wir mal wo die landet und ob die ankommt das dauert immer 56 78 sekunden bis die e-mail rausgeht und dann wird es wahrscheinlich auch nur ein paar wenige sekunden brauchen bis wir die hier jetzt gleich sehen ich bin jetzt mal fleißig und drücke einfach mal auf empfangen die das war erst der persönliche kalender man kann man ihm bekommt kann noch mal 20 sekunden dauern eine ewigkeit später so leute jetzt in zehn minuten umgegangen und ich wollte euch mal zumindest nicht von meiner blödheit entfernt lassen denn ich zeige euch mal warum ich jetzt hier seit zehn minuten sitze und versuchen eine e-mail zu bekommen und ich ja aber nichts abbekomme ja was soll ich sagen ich zeige euch jetzt mal eine eigene blödheit auf meinem eigenen mail server wo ich gerade eben noch eine mail versendet habe läuft natürlich auch ein mail kauf ja guckt mal da was da eingetragen ist api cloud.de das ist noch eine schöne alte altlast von mir und ich sehe gerade die domäne ist noch eingetragen und ich kann jetzt gerade nicht entfernen war da auch noch e-mails drauf liegen deswegen upsala mein eigener mail kauf klein versucht sich das gerade selber zuzustellen und kann es halt eben dadurch nicht raussenden aber keine sorge wir haben das bereits alles in den live streams getestet und das funktioniert wirklich wunderbar außer eine kleine sache die erwähne ich euch jetzt schon mal hier irgendwie gibt es noch ein ganz kleines problem mit diesem mail kauf back up script was nämlich auch irgendwie auf irgendeinem docker auf einem docker container basiert und dieser docker container ist wohl nicht mit in mit in der latest version als arm 64 sondern da muss man irgendwie version 1.2 dann irgendwie auswählen aber bei mir hat das skript trotzdem funktioniert gab mit becker hier backup mail co backup local dass der da halt so eine tage z datei erstellt hat trotzdem funktioniert abschließendes fazit ganz klar wenn das ganze wirklich in production geht werde ich mir selbstverständlich diese schönen sechs euro oder sowas die ich habe wenn ich mir schön weg sparen und halt eben sagen können alles klar sustainability mein mail server braucht einfach diese performance nicht zumindest nicht meine ich krieg vielleicht 200 e-mails am tag und auf diesem mail server von dem ich rede da läuft läuft auch ipv 64 und was nicht alles halt eben drüber und trotzdem werde ich das nicht brauchen weil ich einfach kaum daten habe die paar e-mails die dadurch fließen ach das macht abend 64 ohne probleme das heißt auf meiner ist aus meiner sicht wenn das ganze wirklich production fertig ist und reif ist so wie halt eben melkor sagt q3 2023 glasses q4 werden wir auch nicht schlimm dann bin ich da auf jeden fall dabei so ich hoffe das video hat euch gefallen ansonsten bitte einmal ganz kurz den abo knopf hier unten drücken daumen hoch da lassen und wir sehen uns im nächsten video macht's gut